Hallo, wir sind vom Jungen Kreuzkreuz und wir stehen jetzt mit dem Projekt Junker und Alpher. Wir gehen in einem Jahr mit von einem bis zehn Jahren an den Autos hin. Bis dahin waren wir ein paar Jahre hier und haben mit den Bewohnern Kieler gespielt, gebastelt und gebackt. In Zukunft, als Gericht, mit den Bewohnern bei Flasch geplant, mit diesem Projekt unterstützen wir den Austausch zwischen Junker und Alp. Wir freuen uns immer auf neue Unterstützung für das Projekt auszubauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.